Diagonalview.de heute in Tokio. Bisher war die Badewanne ja eher ein Ort zum Entspannen, doch das könnte sich bald ändern. Denn jetzt kannst du aus der Wanne ein interaktives Touchscreen machen. Das funktioniert ganz einfach. Eine Kamera nimmt deine Bewegung auf, der Computer analysiert diese und ein Beamer projiziert das entsprechende Bild. So kannst du in der Badewanne durchs Webbrowsen, Filme gucken und platschend Games zocken abgefahren, oder? Hier sieht man nochmal im Detail, wie die Bewegungen analysiert werden. Die Badewanne ist ein Ort zum Relaxen und die Leute haben dort beim Baden ja eigentlich nichts zu tun. Also jetzt kann man locker ein Buch in der Badewanne lesen oder morgens schön entspannt die Zeitung und sich über das aktuelle Drama in der Welt informieren. Eine wirklich interessante Erfindung und insbesondere Kinder werden jetzt viel lieber baden wollen.